Hallo und herzlich Willkommen zurück zu TTT mit folgenden Leuten. Reaper. Und Vanva. Hallo. Panda. Hallo. Äh, wer ist denn noch dabei? Cyber. Guten Tag. Warte, wir haben einen Mitbefallstuhl. Und Mr. Coke Gamer. Miau. Und Echse. Hallo. Ney und Nana. Hallo. Kurze Frage, wann war? Ähm, wo gibt's hier noch mehr Waffen? Hier unten, irgendwo geht's in den Bunker mit so'n Fahrstuhl. Ich glaube hier ist das. Jetzt schon? Also hier kommt dann gleich ein Fahrstuhl runter. Und da unten ist Waffe. Naja, genau, da öffnet sich die Tür und dann... Oh, Klappenwolleck, Klappenwolleck. Dauert halt relativ lange tatsächlich. Cyber. Ja, da bin ich grad eingestiegen. Ich bin in nem anderen Fahrstuhl. Hallo. Ja, mir ist kein entgegengekommen. Danke, Data. Danke, Data. Ich war ganz oben, mir ist kein entgegengekommen. Oh, ich kann das hier nicht lesen. Könnt ihr das hier lesen, was da an der Wand steht? Das ist Arabe. Äh, ja, da steht... Abonniert unsere Kanäle. Ja, ja, ja. Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Fake, das ist ein arabischer... Cyber im Ernst. Das ist ein arabischer Satz, wo nicht Bombe drin steht. Traitor. Was hat der... Warum nicht? Ich wollte ja grad mit Stil... Ich sage 50% Cyber-Watt ist Traitor. Nee, ich geh mit Stil. Ich geh mit Stil. Also, wisst ihr, was ich mal versuchen könnte? Ich könnte mal versuchen mit dem Google-Übersetzer da... Mit dem Google-Übersetzer so... Mit dem Google-Übersetzer so... Sie könnten mal die Kamera da hinzuhalten und... Gucken, ob das mit dem Google-Übersetzer klappt. Ja, wie gesagt... Ich geh einfach mit Stil hier raus. Der Satz muss irgendwas mit Bombe bedeuten. Wo... Wo denn? Welcher Satz? Wo ist der? Oh, hier ist ein Panda. Wer da? Inchi... Werde ich eigentlich von dir jetzt ernsthaft? Der? Sie sind sehr verdächtig. Oh Gott. Oh, ja, klar! Wer hat hier eine Inchi... Warst du denn mit der Inchi jetzt Snake? Nein! Das hat Navo doch gesagt, oder nicht? Ja, aber ich hab ihm eine Kuh rausgeworfen. Warum ist hier Blut? So... Ich hab ihm auch nur Inchi diese Kuh rausgeworfen. Ich hab nur Swaps and Distress geworfen. Oh, Coke, was hattest du grad in der Hand? Äh... Ne Mac10, was sonst? Ich hab ne Mac10, eine Inchi und ne Diegel. Vor der Mac10 sahst du aus, hättest du was gehabt. Aber gut. Ja. Ach, komm schon. Schade, dass hier keine Rinnebuffen Spawns gibt. Aber gut. Komm schon. Ich hab's dir zumindest nichts gegeben. Ach, komm schon. Der Satz hat gesagt, komm schon, Panda. Ja, ich hab versucht, an eine Granate zu kommen, aber... ...geklappt, wie ich wollte. Geburnt. Panda schießt auf mich, Panda schießt auf mich, Panda schießt auf mich. Okay, Panda. Hab der Hinnerville? Cyber, warte, wollen wir jetzt raus? Wack! 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 Ich hab Md�h Skin, ein weiter. Na ok. Wenta! Ey, niihine. Boah. Du versteck mich, jetzt lächst nicht OP, Mann! Was ist ausf компании Publikum oinne carbohydrates? Hunter, das kam mir selbst riskant vor. Bei deinem Glück ist das sehr viel Pech. Wieso hast du eigentlich schon dafür einen Schuss weg, also Creoikhaus? Ihr sind eigentlich tot. Entschuldigung? Ich hab vorher mal geh in die Wand gepanna. Hast du vorher nicht okay aus? Warte. Ich hab DNA. Noooice. Echt? denn was bringt euch das okay ein trader ist tot bei sieben leuten haben wir nur zwei oder drei trädter oder eben geschossen bevor er schießt man die sache da neben geschossen ich will mich nicht töten durch der schockgang ja ich gehe in den fahrstuhl Geh ich in den anderen Fahrstuhl. Bist doch eh. Wann war letztes Mal? Bin ich überhaupt nicht. Oh! ALTER! ALTER! Es war doch eh klar, dass du es bist. Alter, wann war es heute? Muss Junge, jetzt ist Ende, dann muss ich mir grad nur tun, was ich mir kaff. Ist das? Dein Ernst? Du hast einen Tee durch die Wand. Ich wusste nicht. Geiler Senfrohn. Alter, Alter, wann war. Wann war eh, ich wusste nur, dass da eine Person in uns steht, aber doch nicht, dass der einen Tee beim Kopf hat. Scheiße. Übrigens, wer heute beim nächsten Mal, wenn ich sterbe, sorgt dafür, dass die Runde so lang ist, dass ich noch in Ruhe den Nutella-Fust schmieren und essen kann. Ähm, das kannst du auch machen, während du tot bist. Ja, meinte ich, aber da muss die Runde lang genug sein, dass ich auch genügend Zeit hab, äh, zu sterben. Es gab übrigens grad zu viele Traitor, glaub ich. Ach, ich fand drei ganz gut. Drei bei acht Leuten? Mann, Mann. Ist in Ordnung. Du kriegst mir jetzt noch ne Kugel. Alter, das tat mir echt leid. Nein, das war schnitt mit Tee, Mann. Ja, wie schießt oder wie? Wie kommst du auf dich die Leiterung, um meine Taube hinzuwerfen? Ja, du warst ja unter mir. Da Tee... Hör mal diese Menschen, die on-laden sind. Wieso wollte ich jetzt grade getasert? Aua! Ach so, ich dachte, du wurdest vergeltelt. Ja, ich suche nach einer Dego. Aua! Ich weiß, dass hier keine Tür mehr ist. Ach so, ich will den wegzahlen, ich will den wegzahlen, ich will den wegzahlen. Da wurde ich grad gekillt wegen Wann war. Na, kein Wann war. Bitte. Ich wusste, ich dachte, du wüsste doch nicht, dass Cyber noch lebt. Alter, guck doch im Ab und zu mal, Tab wenigstens. Pstststststststststststststststststststststststststststststststst. Ich hab nur den Pistole. Der übliche Deal? Oh! Ich hab keine Schotten gehabt. Ah, fuck! Wo ist die Mac-10? Wo ist die Mac-10? Ich auch nicht. Das ist einfach Türrahmen. Ich glaub, dass die nur das Türrahmen waren. Cyber? Was? Ich hab die Mac-10, yay. Wenn du die Dego genommen hast, ne? Wer ist es? Da, du... Alter! InnoSec. Reaper! What the fuck? Hier sind zu viele Leute für Weeper. Da sind die Dego. Ach so, der geht hier grad ab. Alter! Wir sind echt gestorben. Hast du den? Hä? Okay, jemand hat hier grad nen Traitor getötet. Ja, ich. Und ich bin Dete. Ach so, gut. Du bist Dete. Bleib weg von mir. Äh, Weeper? Äh... Alter! Entrei noch ein Weeper, Leute! Nee, ich hab irgendwie mal geschossen. Alter! Ich hab deine Identität auch getlaut. Da kommst du aus Farsch-Rassist-Instater schossen, Alter! Du hast die Sienge geklaut, die naru mir geben will. Ja, dann sag das doch, dass das De- Ja ich habe das nicht, also da unten ging es nur da 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 tot. Wir haben inzwischen schießen und sterben nicht mehr so was gehört! Eskalation. Es Eskalibi im Trescherhaus. Du hast einen guten folgenden Foto. Ich war Trader, ich muss nicht reden. Jaaaaah! Aber wenn ich den Deagle kallt, dann kannst du wenigstens irgendwas sagen. Ja, du hast mir die Diegel geklaut und war mein Juge angriff, war der nicht authentischen Guck. Nein, ich war zu lang. Panna, hab ich jetzt noch nie, ne? Ich war zu lang. Das ist dann vorhin... Nein, 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 nein. Nimm's doch. Nein, 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 nein. Hast du was dagegen? Ja. Dann erschießen wir's doch. Doch, doch. Nein, nein. Was ist denn los? Ja, die Tür verschwindet einfach mal ab und zu, ist es zu schlitzig. Ich, ich steck auf dem Fahrstuhl. Ich hab dir den Fahrstuhl schon gerufen, Snailer. Da kommt... Sonst wer hier drückt. Kommt der Fahrstuhl hier? Necrober und deine Pistole. Was zur... Wir warten hier auf den Fahrstuhl hier. Oh mein Gott. Ich confirm mal gerade zwei Leute. Die sind durch den Fahrstuhl gestorben. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Angst. Nein, 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 nein. Wow. Wir sind hier in Italien. Das witzige ist, dass ich immer diese Deagle habe. Immer. Wo findet man die denn? Sag ich dir nicht. Sags. Da steht Nao drauf. Die Kassen die haben. Da ist mein Name einkaufen. Die hat die schon angeleckt. Die... Ja, genau. Da folge ich dir jetzt einfach nicht so. Und dann kenne ich die Stelle auf. Was angeleckt ist, gehört der... Der hat die Sonne geleckt hat. Oh, echt. Das ist ein Schotter. Schotter. Was burnt ihr hier? Alter Schwede. Hier ist ein Detective. Komm, das... Das brennt noch mehr. Das brennt noch mehr. Das brennt noch mehr. Hier liegt ein Blut. Jetzt gleich. Geh nicht da hinten hin. Hier liegt nicht Blut. Weg jede Schopper. Da liegt noch einer. Was heißt die Schopper? Ich habe auch noch eine Reihe gehofft, Max. Ich habe Wanda getötet. Und Pandava war bald. Alter, Alter. Alter, Alter. Wer brennt denn hier? Navo ist es eh wahrscheinlich. Hä, warum? Warum wird es Navo eigentlich sein? Du hast dich nur grad in der Ecke hingestellt und gar nichts gemacht. Hä? Da steht ein Pfeil aus. Ich habe vielleicht mit dir geredet. Entschuldigung, dass du mir nicht zuhörst. Das war früher, bevor wir miteinander geredet haben. Ich habe dir gesagt, dass da Blut aufhängt. Das ist die Home-Up gegangen. Ich habe mir Blut angeguckt. Ja, gut. Das war eigentlich auch gerade. Das ist wie in einem Pflichtverhoffeln. Du kannst gerne mitkommen, als ich Ex-Traitor bist, ne? Es ist nur Verdacht wenn ich. Ich bin kein Traitor. Ich schwöre. Du kannst gerne herkommen. Ich schwöre dir auf den Nutella-Tuch, den ich gerade gegessen habe. Los, du bist der Ball und das ist irgendwas zum, keine Ahnung, Kicken. Hä? Ex-Traitor aus? Okay, ich habe dir Schaden gemacht, dann tut es mir leid. Ich habe dir zweimal Schaden gemacht. Okay, mit dem Erste auch. Dann tut es mir leid. Da kommt ein Fahrstuhl. Ich kann eh fast nichts mehr machen. Fahrstuhl. Ich bin eigentlich schon gar nicht mehr am Leben. Ja, gut. 28. 28 hab- Ich glaube zwar, dass ich gerade da oben rein... SIGHBORFACT! 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 Ja, ha, ha, ha. Liegt auch schlechter. Oh, okay. Der hinter dir, Reaper, der hinter dir, Reaper. Der hinter dir, der hinter dir! Oh, sorry. Sorry, sorry. Du hast Schaden gemacht, hast du zubes damage gemacht. Mir schleck nicht wieder weg. SIGHBORFACT! Was hattest du da grade für ein komisches- Ne, Kloba und der Pistli, ich hab's Echse schon erklärt. Ich glaub, Mr. Coke und Reaper sind. Ich glaub, Mr. Coke und Reaper sind. Ich glaub, Mr. Coke und Reaper sind. Ich glaub, er... Echse macht dich gerade aus dem Fahrrad so ähnlich aussah. Ja, ich hau ab, weil ich nur 16 HP hab und ich Axt für euch hab. Wenn du auf mich ein Taube wirfst, ne? Weil du mir eben Schaden gemacht hast. Dann werf ich dir meine Pistl auf den Kopf. Nein, du weißt schon, dass ein Taube etwas ist. Ich glaub, Exe ist es. Wow, ich glaub, Exe ist ein Taube. Ja, ich glaub, du bist es. Weil du mir eben Schaden gemacht hast, auf Reaper schießt. Ich beweg' mich, die schocken die, bevor ich alle denkt. Ach, hallo, Navo. Navo, schieß! Okay, Navo ist es. Warte, ich confirm ihn auch für euch. Seht ihr? Er ist T, seht ihr? Es steht schon innocent, aber da steht, er ist T. Ja. Er ist Inutrator. Er ist, ne, Inutrator. Was? Ich bin jetzt irgendwie... Barbara? Meiner? Gott. Ich glaub Reaper war grad aktiv mit der Taube?! Ja! Hört man... doch Wende. Summlich laut das Ding. Das... das War die Dead Ringer-Taube! Neiiis! Dead Ringer-Tauben! Die besten Tauben. Ach, Wanda lebt wieder! Was? fulfilled. Das ne Lüge, will ich mal behaupten. Ich auch. Nääääääää. Sei immer, Bot. Was willst du denn? Aber irgendwie, gibt's irgendetwas Problem? Dass ich irgendwie passt hab? Ja, natürlich zum anderen. Ja, wenn ich ihn finde. Ja, wenn du auf mich schießt, knall dich ab. Ja, wie gesagt, wenn ich ihn finde, schießt du auf mich. Da. Sehr schön. Aber danke für die Wiederbelebung. Ich hab ne Crossbow, ich hab ne SNL-ABP, ich hab ne Homing Pigeon. Alles hab ich da. Kann ich keine Hauptwaffe auffangen, ich dachte nur ne Piste. So, jetzt musst du in Navo-Verfolgung mal rausfinden, wo die Lige ist. Nein, ich muss meine Wege verschleiern. Ich bin ja erst durch Snays' Fade gestorben, hab's nicht verstanden, weil ich ihn eigentlich nur geschubst hatte. Oh, da dachte ich, dass du mich geschubst hast. Ja, ja, ich dachte, dass Fade wirkt halt nicht mehr direkt ein Schaden. Da waren auch Schuppen an deinen Händen und das hat gereicht. Aber dabei hab ich meine Hände doch in Unschuld gewaschen. Ich mach dich schnell, dann Tavo. Und Ebser halt dich auf. Nein, ey, komm. Panda, Panda, auf dich, Alter, nicht ich. Block ihn. Block ihn, der darf nicht wissen, wo ich bin. Ah, du hörst dich schon, oder? Ich bin die Checklist und bin mit Reply-Mausbildung. Ich bin die Däte, nehm ich mit, den Rest lass ich oben. Ey! Snay! Ich bin Snay und Reply-Mauszug. Echse! 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 Sicher? Ich hab ja ne Probar! Wo ist der denn? Mach doch ne Wortsangabe! Ach, Menschenskinder! Ist doch was Nettes! Was? Ist wie so'n Gedicht, ne? So nett! Reepa! Auf was? Oh, klick, klick, klick! Ist nicht gut! Weg hier! Lass mich durch, du! Äh, hier sind zwei Tote, Däte. Äh... Ich glaube der Däte ist tot. Wahrscheinlich ist es dann ein Reaper. Ne, der Däte ist hier. Oder? Oh Gott! Nein, dann, ähm, würde ich den Däte erschießen, dann ist Echse der Däte. Ey, jetzt bin ich der Däte. Der Däte ist schon tot. Okay, ich erschieße den Däte und ich erschieße Echse. Oder andere Leute, die tot sind. Oh, ich hab'n, äh, Traitor gebracht. Nein, hast du nicht. Doch, hab' ich auch machen, glaubst du mir nicht? Jaa... Weil, ich zähle gar nicht. So werde ich eigentlich nicht wiederbelebt, wenn der blöde Type, der da ein Brüllloser kauft mich schon, in den Tod schenkt. Ich hab' dich nicht getötet. Nein! Hört ihr mich? Nein, ich hab' dich getötet, der dich getötet hat. Ich hab' dich getötet, der dich getötet hat. Ich hab' dich getötet, der dich getötet hat. Jaa, ich flieg' gleich raus. Und ich hab'n Echseleicht getroffen. Ich weiß, wo die Däte ist. Achso, dein Ping ist aber auch noch. Ich hab'n nicht mehr sagen, mein Ping, weil ich hab' einfach in 30 Sekunden mit Weg mein Steep up mal connected. Ha. Mhm. Ich hab'n Echseleicht getroffen. Ich hab' jetzt eigentlich herausgefunden, wo die Däge liegt, aber gut. Ich hab' jetzt nicht spontan gedacht, komm, komm wir in eine Silenced Piste und schießt auf euch. Okay, Panda holt sich die. Das war richtig behindert. Ich hatte nur ne Crowbikes. Das ist richtig... Ich bin Däte. Ich wusste ja nicht, dass du keine Waffe hast. Ich hab' gesagt! Hallo, Mann! Hallo, Mr. Coke! Wann! Warum holt ihr mich wieder hoch? Ich hab' nicht drauf geachtet. Unfair! Ach! Jetzt ist es ja... Unfair! Hä? Was war das denn? Wer hat Schiebungen gemacht? Nein! Erst wird der Fahrstuhl hochgeholt und dann kann noch nicht mal jemand einsteigen von der Geschwindigkeit her. Was ist denn hier los? Jetzt weiß ich auch, wo die Däge liegt. Das ist schon mal gut. Nein! Wer hat'n Pfirsich gemacht? Pfirsich? Was ich jetzt mal anfangen muss, ich muss jetzt mal erzählen, wie oft man in der Folge den Lade-Screen sieht, weil ich rausgeflogen bin. Ja, ne? Du solltest deinen Zuschauern mal ein Trinkspiel empfehlen. Ja, genau. Warte mal, die Glocke schieß doch gar nicht anders jetzt auf einmal. Also die Glocke ist viele AuPair geworden. Seht mir auf. AuPair? AuPair? Was ist denn ein neues Wort? Creeper hat mir gerade eine neue Runde angefangen. Ja, du kommst nicht mehr rein. Nein! 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 Ich muss mal bemerken, das ist sehr lustig, Cyber-Bot kommt gerade rein. Karma 3.000. Ähm, Detail hast du hier irgendwie gesehen, weil hier war jemand im Deadringer. Oh, hi. Ja, da war... Ja, da war... Ich bin halber gestorben gewesen. Nein, ich war nicht in der Runde, weil ich erst noch kein Connected bin. Achso. Ach, er ist ja in der Frasche hochgefahren. Ja, ich hab ihn gerade manuell... Äh, Panda, hast du zufällig jemanden gesehen, der dir entgegenkam oder so? Woah, ich hab ein... Nein, 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 nein... Oh, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Entweder in den Flussen oder ewig lange und das war... Ich hab mich ne Worte. Ist das cool, ja? Ey, du... Na, wo... Na, wo... Na, wo... Na, wo hast du keine Ap? Alta! Wer mich jetzt wieder runtergeholt hat, ne? Wer... Wer holt Reaper einen runter? Exaaa... Nein! Bring ihn doch einfach rum, bitte. Ich hatte den schon aktiviert, Reaper, du bist das nicht gelaufen. Der ist zerquetscht. Panda, hast du gerade getrunken? Ja. Wieso glaubst du das? Ja, weil du hier der Taubenkönig bist. Wer ist da unten? Nein! Deine Armee von Tauben hier. Panda! Das ist alles haltlose Unterstellung hier. Papp, papp, papp. Was ist das? Das sind ja merkwürdige Dinge. Kill la Kill. Das ist ein Anime, Kill la Kill. Hab ich zwar noch nie geguckt, aber hab ich nur vongehört bisher. Äh. Ja gut. Jetzt frage wo die Taube herkommt. Wo ist Cypher? Oh, da ist ne Atomlager. Wo ist Cypher? Gut, wann war es jetzt nicht proven, aber es ist sehr verdächtig gewesen, dass da ne Taube kommt. Hm. Kann ich nicht nachvollziehen. Wer lebt denn jetzt alles? Panda lebst du noch? Ja. Na wo lebst du noch? Ja. Panda lebt noch? Wissen wir ja. Coke lebst du noch? Ne lebst du noch? Achso, ich habe Coke umgebracht aus Versehen. Eigentlich nicht aus Versehen. Ne lebst du noch? Axel raus. Raus Axel raus. Du bist doch grad hochgekommen, da kannst du auch rausgehen. Ich wollte grad runterfahren. Geh raus. Ich drehe mich um. Ich setze mich hier in die Ecke. Okay, bleib da. Ich guck dich nicht an, ich nehm die Crow in die Hand. Wenn du mich umdrehst, wenn du mich anguckst, bring ich dich um. Oh da. Klingt fair. Ernst? Wann war schon verdächtig wegen der Taube. Ich bin zwar jetzt nicht proven, aber... Na ja. Ich denke mal, das wird durchgehen. Wir haben noch zwei Traitor. Warte mal, da müsste Navo und Cyber sein. Nee, Cyber... Es ist Navo. Dritte Navo. Ja, hier ist Navo. Navo ist hier. Versteck dich. Nein! Ah, komm. What? Oh Gott, ich steck fest. Kommst du los? Nein, ich steck hier in der Kiste fest. Jetzt nicht mehr. Ah, Mann. Ah, Mann. Warte mal, wie bist du denn bitte gestorben? Ja, der Fahrstuhl hatte vielleicht noch 50 Zentimeter bis zu meinem Kopf. Warte mal, der Fahrstuhl mag dich nicht. Ja, ich hab dichs gerade erst gesehen. Hallo, Cyber. Wir werden freuen was mit dem... Ah, Reepass, ich gesehen wie ich den Aufzug aktiviert hab. Wir werden freuen was mit dem Anime-Killer-Killer erwähnt. Ich. Ja, wenn du willst, kann ich dir eine Sache zu dem Film sagen. Ja, ist geil. Zu dem Anime. Äh, ein Kumpel von mir hat ihn geguckt und sagen wir es mal so. Eine Sache hat mich bei dem, äh, verstört, weswegen ich den noch nicht geguckt habe. Die Rüstung, die die Protagonistin trägt. Die ist irgendwie lebendig und versucht sie, äh, versucht ihre Trägerin zu vergewaltigen oder so. What the fuck? Ja, okay. Wer hat mich jetzt schon wieder gekillt? Instant. Wer ist das? Seibert bist da unten, wie ist das passiert? Hallo, Panda? Keiner? Oh Gott, wenn ich gleich sterbe, ne, wundert euch nicht. Oh Gott. Nein. Oh Scheiße. Ähm, ich hab grad den Detektiv gesehen, wie ein Abgrund geflogen ist mit seinem Grappling-Hook. Achso, der Detektiv ist tot. Mann war es tot. Mann war... Das war ein Experiment. Mann war es tot? Ja. Ähm, ja. Ja. Wir waren schon nur vier Leute, ne? Alter, ich hab grad angefangen, dir Nutella-Tus zu schmieren. Sorgt mal dafür, dass die Hunden ein bisschen länger werden. Das war zu optimistisch. Äh, wir sind die anderen alle gestorben, ich guckte und dann sah auf einmal nur vier Leute. Ich hab zwei umgebracht und wann war es sich selbst umgebracht? Jaja, ich hab versucht, ob man mit der Spiderman-Gun in diesen Abgrund kann, aber alles geht nicht. Ja, hab ich gesehen. Ich hab zwei mit der Teile Zwistel erschossen wieder im aufzug. Muuuuhhhhh. Manni! Ja, seh, du musst dich auch mal wehren, ne? Nicht einfach so ruhig gehen. Böser Exen, böse Exen. Wisst ihr, was mir gar nicht passiert ist? Ich hatte vom Nutella-Tus schmieren, Nutella auf den Finger und hab an die Maus gepackt. Boah, das ist immer richtig schön. Habe ich dafür einen Waffen? Ach man, warum muss ich mich hier immer wieder... Ja, danke, danke. Bitte. War aber lecker als es... War aber... Ach hast du... Dann verstehe ich, du hast deine Maus danach abgeleckt. Komm nicht auf deinen Kopf. Die linke Maustasse zumindestens. Ähm... Bitte mit Facecam das nächste Mal. Ja gut, Kamera habe ich dabei. 20! Ich hab noch keine Waffe, ich hab noch keine Waffe. Ich hab noch keine Waffe. Hast du den getötet? Dahinten sterben Menschen und ich hab noch keine Waffe. Was ist denn bei euch wieder los? Ich hab keine Ahnung, wie es passiert ist. Der ist aber immer aufgefahren. Ich hab nicht mal einen Schuss abgefeuert. Hast du DNA genommen, Reaper? Reaper hat gerade DNA genommen. Weil hier ist einer im Aufzug gestorben. Ich wär jetzt laut mit dem Traitor. Ruhig mich mit meiner Waffe um. Wir haben mehr Waffen, komm her. Diese mehr Waffen hier ist sicher. Kommt der? Das war der, oder? Kann das sein? Der war Traitor, okay. Der hat den getötet an der Date. Oh, Dete. Ach, armer Dete. Komm. Was zur... Alter Kerl. Wer war das denn jetzt? Wie warst du die umgefahren? Ja. Also, Snail hab ich erledigt. Achso, ne ich hab... Ne, der ist durch den Aufzug gestorben. Das stimmt nicht. Ne, der ist durch den Fade gestorben. Ein Snail ist durch... Ne, der ist durch... Knochen. Aber da steht Fallschaden. Guck mal, wie der im Aufzug drin steckt. Da ist er denn gestorben. Wie ist der denn gestorben? Ach, durch ne Shotgun. Ne, selbst gekillt. Der, der hat denn hier jetzt schon jemanden. Ne, selbst gekillt nicht. Ich glaube, dass das da... Fade sein könnte, oder? Ei, das... Das sieht aus wie Fade. Ne, warte mal. Er hat gesagt, er hat Snail getötet. Hä? Aber dann muss ja noch jemand tot sein, wenn's Fade war. Ja, vielleicht der Dete. Der Death Note war's auch nicht. Ich komm mit. Oder hat jemand das Death Note verwenden? Das hätte man gesehen. Das hätte man gesehen. Ja, aber jetzt kann ja sein, dass jemand noch nicht weiß, wie zum Beispiel Coke. Nein. Warum sollte ich dich umbringen? Nein, das... Das hätte man auch umgedehen, Herzen. Fuck, glaube ich. Nein, aber das hätte man ja gesehen, weil's unten angekündigt hat. Ich bin kein Traitor. Die... Keine Ahnung. Geplatzt. Ja, schmeißt ne Granate auf mich. Ist klar, Junge. Es lebt noch jeder von denen, die da auf der Liste sind. Äh, wie hängt Cyber denn da am Regal? Ja, den hab ich da reingelesen. Ja, das ist das neue Sonderangebot hier. Der hat sich da reingequetscht. Das sieht aber ungesund aus mit so Regalboden durch den Bauch. Regalboden durch den Bauch? Wahnsinn. Bei mir hat er das durch den Bauch. Ich hab letztens mal einen OP-Bericht gesehen, ne? Da hatte jemand ne Eisenstange. Mit-Kom-Exe. Mit-Kom-Exe. Sein Bauch. Ja, und ich bin gleich tot, da Coke Traitor ist. Und... Ich wollte auch da rein. Das war sehr schön. Coke ist Traitor. Ich wollte auch da rein. Das ist unfair. Okay, da geht... Na wo ist, na wo ist. Okay. Dann wissen wir in der Coke. Wenn du nicht bist, dann... Vielleicht war Wanda ja auch. Glaubt ihr mir das? Nein! 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 Was machst du denn da? Oh mein Gott! Coke! Alter! Das war jetzt eine spannende Folge! Hey! Nein! Hier oben ist auch noch einer! Was ist das? Ich bin eingesperrt zwischen zwei Traitern! LOL! Nein! Warte! Was ist das? Ach, Mr. Coke auch Traitor? Coke! Nee, tu den Navo! Tu den Navo! Ich hab gedacht, du bist Traitor! Ja, gut! Ah! Was? Was? Nein! Was? Was war das denn? Kopfschuss! Coke hat dich reagiert! Coke hat dich mit Tellerboden gespielt! Ja, davon geh ich auch los! Ich hab alle zu Tellerboden gebissen, Junge! Was ist denn da grad abgegessen? Warte! Warte mal! Ich wollte dich doch wieder... Warte! Wer hat jetzt mich über den Haufen geballert? Nee! Dann bist du am Feld gestorben, oder's nicht? Die Szene grad mit dem Aufzug war so genial! Ich war die ganze Zeit hoch, unterhoch, untererst stimmt der eine, dann der andere durch den Aufzug! Ja, Echse! Ich hab gedacht, du hast Coke umgebracht! Deswegen hab ich gedacht, du bist Traitor! Nee! Coke ist unten durch den Aufzug gestorben! Durch die Tür vom Aufzug umgenossen! Ich glaub Coke hat das nicht mal mitbekommen, oder? Ja, der war wahrscheinlich grad bei seinem Nutella-Brot! Ist der glaub ich immer noch! Immer dieses Nutella-Brot! Das tötet Menschen! Glaubt mir! Oh, das ist Coke! Ähm! Ja, das war genau in dem Moment, wo ich grad das Brot... ...den Nutella-Toast rein in die Hand genommen hab... ...und... ...und... ...rein gebissen hab! Alter! Was war das denn jetzt, Panda? Irrings! Es ist gleich leer! Ich hab nur... ...in der Packung Toast sind nur noch zwei Scheiben drin! Und halt diese Mitte, die hier neben mir liegt! Ach so, die falsche Taste! Geht neben dem Aufzug, hab der Aufzug ist so genial! Panda ist tot! Ja, richtig! Richtig! Ah, schade! Er hat sich ein bisschen in den Tod gestürzt! Warum, Panda? Nur weil doch keiner kriegt das, ne? Vor allem, er hat mich angeschossen, der weiste? Und dann dachte er sich so, ne! Ich hab den Wander angeschossen, da muss ich mich jetzt töten! Hast du gut gemacht! Hat er das überlebt? Ja! Das, äh, ich hoffe nicht... Boah, Alter! Wer hat mich jetzt wieder hochgerufen mit dem Fahrstuhl? Was? Ich steh hier und reparier den Server! Ich hab'n DNA-Scanner gefunden, ist das nicht schön? Also, ist vielleicht nicht so schön nochmal... Boah, Cyber-Bot! Äh, beim Fahrstuhl! Ist tot! Alter, meine Herzfrequenz ging auf 150! Ich hab grad'n viel argeres Problem! Wat? Arga-io? Arga, ja! Achso, ist das der Fahrstuhl? Vertraue ich der Sache mal! Anwar? Anwar? Ja? Bist du lieb? Ich hab'n Cyber-Bot getötet! Okay, dann glaub' ich dir! Ich will ja nicht sterben! Ich bin doch noch so jung! Nein, Navo! Was? Warst du das? Ja, und ich hab'n Messer in der Hand! Okay, gut! Gut, dass du es bist und kein anderer! Es gibt, glaub' ich, niemand mehr außer uns! Wir sind allein in dieser Welt! Okay, Snave ist wahrscheinlich tot! Ich hab'n nämlich'n DNA-Skanner gefunden! Äh... Mr. Coke-Gamer und so, die leben alle noch! Das, äh, glaub' ich dir nicht! Ich meine, du bist keine Dänen! Wieso bin ich keine Dänen? Weil... Boah, willst du das? Wow! Heilige Maria! Was war das denn jetzt? Wenn ihr da wartest auf meinem Fahrstuhl, dann... Nein! Boah, ist das... Sorry, irgendwie... Hat das Turret dich erschreckt? Es hat mich leicht erschrocken, aber dann bin ich hier direkt wieder hoch! Ey, letzte Folge! Letzte Folge! TTT für immer! Für immer! Ein für immer! Wir werden nie wieder eine Folge TTT aufnehmen! Richtig! Niemals! Und wir gucken euch wieder eine Folge hundertmal so oft an, wie jetzt während des hundert Folgen! Hundert Folgen? Waaah! Hunderttausend mal anklicken! Hunderttausend, warte! Ok! Hunderttausend Views, ja! Juhu! Warum sind jetzt immer noch... Snish! Snish, schießt auf mich! Ruhig, als wären sie tot! Snish ist Traitor! Tut das Snish! Ich in DT! Nein! Nein, lass mich in DT! Snish! Snish! Snash ist Trator. Wer kommt aus Nashville? Wer ist Nash? Nash. Nash ist cool. Pokémon? Nee. Wie heißt der nochmal mit Vornamen? Nash Ketchum? Nein, Nash. Mit N. Du musst den Knopf hier drücken. Heinz Ketchup? Tu mir nichts drücken. Du musst den Knopf da. Den da. Ja, jetzt kannst du mich umbringen. Da passiert nichts. Doch, guck. Grün. Ach, das ist ein T-Tester. Ja. Jetzt wirst du mich wahrscheinlich umbringen, weil du Tee bist. Ach nee, ich muss mich hier nicht bewegen. Stimmt. Ach so. Wieso ist da Blut? Keine Ahnung. Äh, Echse. Ich glaube, Echse ist es. Hier liegt ne Leiche. Die haben da unten einen Toten, der nicht konfirmt wurde. Äh, C4. Ich hab C4, ich hab C4. Ich hab damit nichts zu tun grad. Es ist... Was mit dem C4? Es ist ne blöde Situation grad gewesen. Und eine, wofür ich jetzt grad nix habe. Aber gut. Echse ist es, Echse ist es! Ich bin's überhaupt nicht! Ich bin unten! Was labert ihr denn hier? Hier liegt ne Leiche. Hier liegt ne Leiche. Hier liegt ne Leiche. Ich hab dich erstmal als Friend markiert, Panda. Äh! Ich check grad gar nix, ey Gott. Ich werd hier ganz voll ausgenutzt. Äh, Reaper schießt doch mich! Ja, Reaper ist äh... Alter! Meine Güte! Ich werd hier voll ausgenutzt! Ja, Dringer! Panda! Ich vertrau dir mal! Ich vertrau dir mal! Äh, ich vertrau dir aber nicht! Warum dich? Mir kannst du vertrauen! Echt? Ich werd vertrauenswürdig! Warum? Warum guckst du denn schweizer Kollege das an? Ich werd hier voll ausgenutzt! Das redet es echt! Ach komm! Mir müsst ihr auch vertrauen, ich wurde diese Runde die ganze Zeit völlig ausgenutzt! Du bist der letzte Exe! Snation Exe duelliert euch! Okay, sag mir, was er ist! Ähm, wie müssen wir uns duellieren? Wer sagt, dass du nicht Traitor bist? Weil ich mit Runva getestet hab! Hier ist ein Tester? Okay! Ja! Was sagt denn der Dete dazu? Der Dete ist tot, weil du ihn umgebracht hast! Also, Snash, wenn du hier durch... Ah! Ah! Ihr seid beide, okay! Alles klar! Alles klar, Leute! Ich bin jetzt gar nicht! Was labberst du? Was soll das? Alter! Exe, das ist ne ziemlich schöne Verkleidung, die du da hast! Oh, ich hab' nicht nur mal... Ja, toll! Was ist das denn? Mein Traitor Kollege bringt mich erst um! Und dann verlebt er mich wieder und dann kommt natürlich direkt der Dete und ich werde direkt beschuldigt! Freib Scheiß! Exe, du bist das also, ja? Oh! Ach, komm! Triff doch mal! Ah, das ist ein Messer! Ein Messer? Wo? Wo ist ein Messer? Warte! Also, ich bin unten, wenn du dich traust! Wenn ich bin unten, wenn du dich traust, komm her! Komm her! Ich trau mich nicht! Trau dich! Nee, Mann! Dir passiert nix! Dir wird nix passieren! Irgendwie, warum vertraue ich dir eigentlich nicht? Der Trap, okay! Ja, denke ich auch! Hast du hier gerade was reingeworfen? Was? Ich bin unten! Das war der andere Tee! Ah, ach so, alles klar! Ach so, alles klar! Verstehst du das? Verstehst du? Ja, von mir das Ding! Interessant, weißt du? Weiß ich... Was noch interessant ist? Ich hab dich laufen gehört! Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Du hast mich schon aufgehört! Nein! Dann musst du schnell nach unten kommen! Oh, der war das Fass! Oh, nee! Alter! Das war's für heute! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Tschüss! Tschüss! Hallo! Tschüss!